Die Stadtwerke Schwerin machen mobil mit WLAN in Bus und Bahn. Erleben Sie City-WLAN in 40 Bussen und 30 Bahnen des Nahverkehrs Schwerin. Highspeed-Internet im Schweriner Nahverkehrsnetz. Ob Handy oder Tablet, nutzen Sie die Fahrzeit durch die Stadt zwischen großer Drehsch und Blankow oder Güstrowertor und Schwerin Süd. Pro Tag 60 Minuten kostenfrei, ohne Registrierung. Citycom-Kunden der Stadtwerke Schwerin surfen im geschützten City-WLAN-Netz komplett kostenfrei und unbegrenzt. Mobil bleiben mit den Stadtwerken Schwerin durch die Landeshauptstadt.